Hey liebe Leute, hier ist wieder Lubu aka Vladimir und zwar möchte ich nur kurz hinweisen euch darauf, wo ihr richtig gute Informationen über Spiele, über Lifestyle, über etc. einfach mal, ja hauptsächlich aber eigentlich über Spiele herbekommt und zwar gibt es da eine wundervolle Seite, wir wollen doch nur spielen, ja gamersplattform.de.de, ja für alle nicht englischfähigen Leute da draußen. Punkt.de, unbedingt mal reinschauen, ich stelle auch die Links gleich, warum zwei Links, ja das werdet ihr gleich sehen, die Links unten in die Beschreibung rein, unbedingt mal vorbeischauen, echt eine coole Sache hier, habe ich mal das Ganze mal geöffnet und zwar, guck mal hier, Top News, Lubu, Jinx, Dark Souls, Let's Play 4 Show, ja das habe ich so eben hochgeladen, ist eine coole Sache, das Ganze wird auch super, wie soll ich jetzt sagen, super beschrieben, also echt gute Autoren gibt es hier, wenn ich das mal jetzt so, nennen darf, Latest Reviews, Far Cry 3 im Test, ihr kriegt hier wirklich allerhand Informationen, was Let's Plays und Spiele im Allgemeinen überhaupt angeht. Ähm, Devil May Cry Ninja Theory am Nachfolger interessiert, weiß ich nicht, gucken wir mal, guck mal hier, Dead Space 3 Democodes, okay das ist leider für die Xbox 360, das hat mich nicht zu interessieren, weil ich habe leider keine 360, aber ziemlich dufte Sache hier, gamersplattform.de, unbedingt mal kurz reingucken, ihr könnt das Team durchforsten, echt nette Leute dabei, ihr könnt, äh, Jobs gibt es hier, na, klicke ich jetzt mal nicht drauf, weil wer weiß, wo mich das Ganze hinführt, nachher bin ich noch Manager, ja, hohohoho, da muss ich mich mal kurz hochschlafen, ähm, ansonsten echt eine dufte Sache, und, so wie ich das jetzt weiß, haben die Jungs sogar, nicht nur Jungs, da sind auch Mädchen dabei, ja, ähm, ihr seht schon hier oben, Reviews, Angezock, News, Let's Play, äh, Gamer Plattform, Gameplay, Screenshots, also ihr findet hier allerhand Informationen, echt coole Sache, und die Jungs und Mädels haben sogar einen YouTube-Channel, nehme ich an, und das ist der hier, ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, Alter, irgendwie, Internet, Deutsch, keine, ich hoffe, vielleicht war es sogar richtig, man weiß es nicht, ähm, auch eine coole Sache, unbedingt mal reinschauen, witzige Videos dabei, Let's Play Schuld, kenne ich jetzt nicht, eigentlich, ähm, sind nicht unbedingt Let's Plays, aber wirklich, was Spiele angeht, oder hier Anti-Activision-Rap, auch coole Sache, hab ich mir zwar noch nicht angeguckt, aber, werde ich mir gleich, weil Activision ist eigentlich ja so, würde mich mal interessieren, was Activision wieder für Mist gebaut hat, ähm, die ganzen Take-It-Bitch, ja, da bin ich nicht aufgelistet, ich hab keine Freunde, auf jeden Fall eine ganz coole Sache, äh, MyRapeFace, Alter, irgendwie Internet-Deutsch oder so, ich weiß nicht wirklich, wie man das ausspricht, sie haben sogar OwnTV, coole Sache, unbedingt mal vorbeischauen, Ja, das war's von mir, ich wollte nur ganz kurze Info abgeben, die Jungs machen echt eine großartige Arbeit, Jungs und Mädels, wohlgemerkt, ich kling irgendwie ein bisschen, als ob meine Nase verstopft wird, warum, da ist so, kennt ihr das, wenn, ne, das werde ich jetzt nicht erläutern, weil, das ist ein bisschen eklig, ja, hehehe, ansonsten, ciao, bis dahin, euer Lu, haut da rein!